Sie sind hier, 19. Oktober 2018, 21.31 Uhr, von Sport-Informationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Nico Horvinen hütete zuletzt das Tor von Kalpa Urheberrecht, Getty Image, Cesar Lone Roosters verpflichten, Nico Horvinen. 2011 wird er mit Finnland Weltmeister. Er soll den Konkurrenzkampf erhöhen. Die Iser Lone Roosters aus der deutschen Eishockey-Liga live im TV auf Sport 1 haben sich auf der Torhüterposition mit dem Finne Nico Horvinen verstärkt. Der 30-Jährige kommt vom finnischen Erstligisten Kalpa und soll den Konkurrenzkampf erhöhen. Wie Sauerländer am Freitag bekannt gaben, unterschrieb Horvinen einen Vertrag bis zum Saisonende. Horvinen wurde 2011 mit der finnischen Nationalmannschaft Weltmeister, kam aber in keinem Spiel zum Einsatz. In seiner Karriere spielte er in den höchsten Ligen in Finnland, Russland, Österreich, Schweden und der Schweiz, von Sport-Informationsdienst. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!